So, und da sind wir wieder. Diesmal wieder mit Wuschel Rambo dabei. Ach ne, Wuschel, der Killer. So, Fahraktion die achte, würde ich mal sagen. Ich mache das so lange, bis es geklappt hat. Kannst du kein Team wechseln? Hast du schon versucht? Ne, ich bin ja noch nicht gestorben. Also ja, doch einmal bin ich gerade kramiert. Und jetzt? Noch bin ich am Leben. Noch. Ja, natürlich. Snapping Turtle. So, Teamwechsel. Okay. Geht? Scheinbar. Wo bist du denn? Äh, Rottwinger. Ja, bist du. Hinzufügen. Nicht hinzufügen. Weiß, okay. Ach ne, ich muss auf die, auf die Beidrehung. So. Da, wieder tot. Leute, fangt gar nicht erst an, dieses Spiel zu spielen, denn es ist ein Kettenraucher. Ja, ich weiß ja, wo sie, wo, wo sie jetzt sitzen. Hahaha, du alter Spion. Ich hab mit dem Team wahr. Du alter Spion. Hey, hat er mal seine Vorteile, Martin. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wenigstens einen können die ausschalten. Die sitzen da auf der Anhöhe. Äh, nein, ich bin tot, weil ich hab ein, zwei gesehen, aber einer davon hat mich abgeschossen. Weil die sitzen nämlich beide nebeneinander, die Zaun. So, wo ist denn Martin? Wo machen wir denn Martin? Martin wird tot gleich. Äh, im Gefecht. Ich lauf mal hinterher, um auf Viertelchen zu. Oh, äh, okay. Oder auch nicht. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Äh, oder auch nicht. Ich lauf weg, lauf Richtung meiner Heimat und wär trotzdem abgeschossen. Von an... an... Anno. Ich muss zu weit weg, ansonsten würde ich dich reanimieren. Hey, das muss ich nicht, ich bin ja schon hinter dir. Wenn ich gleich reinkomme, jetzt. Wieso kann ich dich nicht... Wieso kann ich dich nicht reanimieren? Reanimieren. Äh, was solltet ihr? Wer soll beschlagen? Ja. Fahraktor? Ah, du musst meine Maus da. Ich seh nix mehr. Fahraktion die neunte. Ja, ich seh nix mehr. Wieso siehst du nix mehr? Weil ich nur rot seh. Achso. Drei Scharfschützen hab ich in meinem Squad. Ich bin der einzige Sunny. So, ich fahr jetzt wieder zu A. Irgendwann muss es doch mal klappen. Das ist doch ganz krass. Oh, endlich ist mal einer mit mir gefahren. Ei, 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 ei. Scheiße. Jetzt klappt es, jetzt klappt es. Noch drei. Zwei. Eins. Jawoll. Seil vorsichtig, Holger. Ja. Bist du das, der da vor mir liegt? Nein. Ich komm doch nicht mal eins ansetzen. Die sind vom Gaffensprung. Hast du das gesehen? Wieso kriege ich denn nicht die andere Waffe? Mann, 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 Mann. Ist mir auch tot. Hä? Ist auch kaputt? Ja, und schon wieder dieser dreckige Batz. Komm, 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 das muss doch hinhauen. Wow, was ist denn jetzt los? Warum lag das so? Und bei mir lag es einfach nicht. Na, jetzt lag es... Hallo? Oh, was ist denn los? Oh, Vorsicht im Haus sind Leute. Zu spät. Ich habe Bewegungsweller geschossen, weil die mal dann ist, keine Ahnung. Das zeigt ja an, wenn sich in der Nähe irgendwelche Feinde tun. Bleib am Leben. Andy, du bist das gar nicht. Oh, ich halte sie aus. Greift diese Stellung an. Kreisliche Infanterie gesichert. Oh. Ich halte die Ziele aus. Ich halte die Ziele gesichert. Was kommt schnell? Oha, oha, oha. Boah, obwohl ich gerade am Lacken war. Super, Flagge verteidigt Gegner ausgestattet, ja super. Flagge verteidigt 170, ja ganz toll. Ah, nee. Du bist auch tot, ne? Nein. Ja, du lebst jetzt wieder. Nee, ich habe die ganze Zeit gelebt. Entschuldigung. Jetzt bin ich tot. Boah, was ist denn das jetzt so am Lacken? M36 Goldstar, 5000. 1000, jawoll. Ey, was ist das so am Lacken jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier am Laufenband gerade gekillt werde. Wulff 2, haben Kontrolle über Feuerbasis verloren. Nein. Aber die Ziele ist aufgeflogen. Ist hier noch einer in der Nähe? Nein, 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 nein. Scheiße. Bewegungsmelder unterlegt. Ey, was ist denn hier los? Ey, der ist total am Lacken gerade, ne? Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt wieder nichts. Alter, hallo? Geht mal gar nicht klar gerade. Was habe ich denn für einen Ping? 126er Ping auf einmal. Was ist denn da los? Haben sich wieder irgendwelche Updates eingeschaltet? Ich schalte die Updates bald aus. Ich habe darauf geembockt mehr. Du bist so ruhig geworden. Ich bin hier gerade am suchen. Da oben ist eine Sau. Kannst du dich mal wieder beruhigen? Jetzt habe ich eine Frame-Wert von 85. Jetzt wieder 15. Äh, äh, hallo? Geht's noch? Was schießt er auf meinen eigenen Mann? Stellung geräumt und über die Rolle. Schluss, dürfte! Natürlich. Jetzt habe ich eine Frame-Wert von 90. Jetzt wieder 15. Ey, was geht denn da ab, ey? Lasst mich hier rein! Die Feuerbasis ist verloren! Scheiße, wir haben... Scheiße, wir haben... Untot. Schon wieder dieser... Hey, ich bin gerade voll am Lacken. Ich glaube, ich gehe hier weit rein. Wenn nicht, ist das der andere. Ich bin 14 Meter von der B entfernt. Aber, ja doch, jetzt kommt der Kanzer. Ja, ja, klar. Wir nehmen gerade zusammen einen. Hui! Oh, noch einer. Scheiße, mich hat's erwischt. Ich komme. Dein Kill. Jo, Wanken. Das war's, ich gehe in Deckung. Hui! Hui! Raus! 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 Andere Waffe! Raus! Raus! Ey, was ist das so am Lacken? Kann mir das mal einer verraten? 47er Ranking. Ja, da komme ich auch nicht gegen an. Natürlich kommst du da gegen an. Ja, jetzt ist sie ja. Ich muss schon wieder so viel sein. Scheiße. Ich habe... Oh, Scheiße. Ja, wo ist die Medi? Da ist die Medi. Habe ich immer noch nicht genommen? Nein. Hallo. Ihr wirst doch geheilt. Achso. Ey, was ist denn jetzt so? Oder auch nicht? Ich bin alle festgenagelt. Ey, jetzt habe ich eine 3er-Frame. Hallo, was ist denn los? Gutsch. So viel zu dem Thema. Ich bin geheilt. Also, ich habe hier ohne bis jetzt. Toi, toi, toi. Ey, null. Ey, was ist denn los? Reden wir gerade gar nicht, ne? Wie lange dauert die Aufnahme noch? 6 Minuten. Ich spreche die Aufnahme mal kurz ab. Achso. So. So, ich habe aber auch erwischt. So, da sind wir wieder. Der Androm hat mich gekillt und nicht ihn. Ich habe keine Ahnung, warum das so am Lacken ist. Äh. Na, jetzt steht sie im Moment konstant. Okay, ich sage besser nichts. Wo komme ich denn jetzt? Alter, hallo? der geht mal gar nicht klar ich muss die aufnahme abbrechen tut mir leid leute also ich kann so nicht